Hallo und herzlich willkommen Leute in ein neues Indie-Horror-Game und wir spielen Live After Us The System, ja ein Indie-Horror-Game wie schon gesagt und die Grafik ist, finde ich, sehr gut, vor allem für Unity und ja, denn das passiert auf der Unity-Engine und ja, das Menü hier finde ich auch sehr geil mit einfach in die Tür gehen und starten. Wie, I have been, bla, Gedönse und Zeugs und ja, mit anderen Worten, wir müssen einfach ein Mädchen finden und es retten vor dem, den Grauen in dem Gebiet. So, starte, bitte. Dankeschön. So, hier sind wir schon und ja, in ein, in eine Anstalt, ich glaube, das ist eine Anstalt, wir gehen einfach mal hier lang und wir haben eine Taschenkammer, die wir ausmachen können und wir haben eine HP-Anzeige unten links und das gefällt mir gar nicht. So, Grandmother sends me here. She says I'm not being a proper young woman. She says I'm acting like a child, but I am only a child. She gets so mad when I say that this place is strange. Sehr interessant. So, was haben wir jetzt für Zeugs? Okay, Zeugs. So, da haben wir einen Haufen Kisten. Hallo? Ist hier irgendjemand? Ne, hier ist nichts, rein gar nichts. Schönen Saftladen. So, da haben wir nichts. Und wir können sprinten. Sehr schnell sogar. Komm hier rein. Nein, da ist Blut. Hat jemand seinen Tag gehabt. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das ist nicht so gut. Da ist ein Spinnennetz. Ich glaube, das ist ein Spinnennetz. Ich tue mich da drunter. So. So. I met a new friend today, Dr. Ter. He says I'm very pretty. He kept touching my hair. He must really like it. Okay, ähm, sie hat einen neuen Freund, Dr. Ter. Er sagt, sie ist sehr hübsch. Und er hat die Haare angefasst und... Ähm, ja. Sehr krank, der Doktor. Äh, ja, sonst haben wir hier nichts mehr. Schade Schokolade. Oh man. Mr. Teddy should be here. Okay, Mr. Teddy... Mr. Teddy sollte hier sein. Okay. Und die hat natürlich hier... Die hatte hier ihre Tage wieder. I don't like it here. A mean woman took Mr. Teddy away. She said I'm too old for silly thing. Like toys. He's not a toy. He's my best friend. I can't sleep without Mr. Teddy. I wish someone would bring him back. I need him next to my bed. Okay, ähm... Ja, eine Frau hat Mr. Teddy weggenommen. Weil sie hat gesagt, sie ist zu alt für ein Spielzeug. Und... Ja, er ist kein Spielzeug. Er ist ihr bester Freund. Sie kann nicht schlafen ohne... Sie kann nicht schlafen ohne Mr. Teddy. Und sie wünschte sich, dass er wieder da ist. Journal Entry find Mr. Teddy. Mr. Teddy, ich finde dich. Mr. Teddy. Mr. Teddy. Mr. Teddy. Mr. Teddy, wo bist du? Wo bist du, Mr. Teddy? Mr. Teddy, bleib bei mir. Komm zu mir. Und wir trinken zusammen ein Bier. Und zwar genau hier. Mr. Teddy! Dr. Thor hat sie wieder angetatscht. Wie immer. Das Spiel erinnert mich an ein Horror-Online-Spiel für Handy. Irgendwie. Dieser Raum hier. Diese ganze Anstalt erinnert mich daran, an dieses Horror-Spiel. Wer das nicht kennt, das heißt... Murdered Online. Sehr cooles Spiel. Ist kostenlos. Für Android. Und... Und... Aber wo genau sollen wir jetzt hin? Hier ist eine Sackgasse. Wir haben jetzt Mr. Teddy auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwo was übersehen? Oh, okay. Nein, in diesem Raum haben wir nichts übersehen. Puh, ja. Oh. Eine Karte. Haben wir hier vielleicht irgendwo was übersehen? Ah, müssen wir... Ah. Mr. Teddy! Okay. F1. Flashlight forward. Und es ist dunkel. Ja, da sehen wir alle Dinge, was wir machen können. Oh, man. Es ist dunkel geworden. Und die haben einen Zettel. Dr. Ted told me I'm very pretty and that I'm not a girl. He said little girls don't look at as pretty as I do. He says I'm a woman. Ja, Dr. Ted hat wieder gesagt, sie ist wunderschön. Ein wunderschönes Mädchen. Das wunderschön ist. Oh, Mann. Wirklich. Oh. He wants me to be a... To be pretty. Okay. Dr. Ted, come to visit me a night. He keeps saying I was pretty. Sag mal, der Dr. regt mich auf. Ja, die ist wunderschön. Toll. Toll jetzt. Wehe, die Puppe wird mich 100%. Dann nicht verfolgen. Toll, dies. Journal Entry make me a pretty. Ja, ähm, ich mach dich gleich schön. Okay. Pretty, pretty, pretty. Ja, Dr. findet dich schön. Toll. Pretty, pretty. Ja. He gets mad if I'm not pretty, 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 pretty. Ja, schön, du bist schön, ja. Und jetzt. Du bist schön. Du bist wunderschön. Schöner geht's nicht. Hm. Geht's hier jetzt lang? Nope. Äh, von hier kamen wir, glaube ich. Ne? Hier war dann pretty, pretty, pretty. Schön, wunderschön. Toll. Sehr toll. Hier hat sich nichts verändert. Äh, hallo. Oh man. Ja, und wir haben, wie schon gesagt, eine Gesundheitsanzeige. Das gefällt mir gar nichts. Denn ich glaube, wir können hier verfolgt werden. You get so mad if I'm not pretty. Sa, das Wort pretty, das wird langsam ein Hasswort. Er sagt, mein Kopf ist so klein. Und pretty, ja, ihr Kopf ist schmal und schön. Ich starte, ich starte, ich blute. Er kommt und besucht mich letzte Nacht. Ich wünsche, ich könnte nach Hause gehen. Ja, toll, sie ist schön. Wunderschön ist die. Geht's hier irgendwo rein? Nein. Ja, wir nehmen uns ein Zettel und warten, hier ist hier wieder pretty drauf. Ich dachte, der Doktor, der Doktor, I keep getting sick in the mornings. He got so mad when I told him that he hit me in my belly. Oh, diesmal steht er nicht pretty. Neuer Rekord. Aber man, ich hab ständig Angst, mich umzudrehen in Horrorspielen. Schlimm. Oh, da ist pretty. Ist da pretty? Oh man, das sieht ja sehr pretty aus. So, wo sollen wir das jetzt hinbringen? Auf jeden Fall wieder zurück. Oh. Tschüss. Tschüss. Ja. Äh, lauf. Ähm, okay, der ist, äh, das ist doch ein Zombie. Siehst du ja nach dem Zombie aus? Nein, ich weiß, wie wir es hinbringen müssen. Oh, er ist weg. Hier. Hier, setz deinen Kopf auf. Pretty, du bist wunderschön. Uh, uh. Äh. Fußabdrücke. Ihr seid, ähm, wunderschön. Vor allem du bist bezaubernd. Wirklich bezaubernd. Sehr wunderschön. Sehr hübsch. Uh, hm, 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 hm. Ähm, ähm, hm. Ja, äh, ich glaub, da steht jetzt wieder, wir wurden ohnmächtig, blablabla, und sind wieder aufgewacht. Irgendwo. Ja, wir wurden wieder, wir wurden K.O. gehauen. Hm, hm, hm. Super. So. Ist ja wieder irgendjemand. Pretty. Sehr sch- Tolle Zeichnung. Hallo. Guten Morgen. okay damit nichts glaube ich okay man das ist so widerlich dieses fiech irgendwie in diesem scheiß zombie er hat mein baby er ist geboren okay das ist ja mal ein hübsches baby sehr hübsch ich kann ja sehr hübsch ha jetzt habe ich das baby weggenommen die wie sieht auch sehr hübsch aus die hatte ja da ein bisschen abgenommen sieht schön aus sehr gut jetzt haben wir ein baby wo sollen wir das baby hin tun hier er ist geboren da rein glaube ich ein baby was crying when doctor turn put him in the box but the crying soon stopped when he said him him on 5 i hate dr. tor i hate him ja jetzt auf einmal hast du ihn zu sehen hassen okay als baby hat geweint wenn dr. tor ihn genommen hat ja sie hasst ihn weine nicht okay ja wir verstehen das nicht und blablabla okay da steht auch irgendwas über monstern wir haben ja schon monster gesehen es war eher ein zombie ein ziemlich egelhaftes zombie wo sind wir jetzt schon wieder sind wir wieder hier mh hallo i keep screaming what what he did to me and my baby but but no one cares he wants to shut me up ok man dieses viel hier ist so gruselig müssen wir wir müssen bestimmt an ihnen vorbei oder oh ah hey bist du wieder hier he wants me to pretty ok ja du bist wunderschön müssen wir nicht rein oder nein wir müssen an ihnen vorbei ok er ist weg denke ich haben wir irgendwo was ein zettel oder so nö da ist er ja tschüss ich gehe dann mal hier bei uns hier war das baby haben wir hier was das baby ist weg das wunderschöne baby ist weg äh nicht weinen äh du bist wunderschön wir kommen hier nicht mehr raus ich warte gerade nur noch auf den jumpscare er ist davor ja wie schon gesagt ich warte auf den jump das ende das war's ok das war ja das war live after us the system ja wir haben das mit ich glaub das mit ihm war schon tot das wir finden sollten ja ich hoffe euch hat es gefallen ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen über einen kommentar und natürlich ein Abo äh ja ich kann nicht mal mehr reden und ein Abo würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder bis dahin ciao